Weit voran schritten. Wow! Die Zeit ist schon weit voran schritten. Vielleicht verlegen wir diesen StarCut nochmal. Ja, das wird er nochmal nach. Und nehmen ihn ein andermal auf, wenn ich dann auch ein bisschen besser bin. Ja, genau. Um meine Ehren hierherzustellen. Mossi übt noch zwischendrin ein bisschen. Ja, was üben muss. Ja, ich meinte Mossi, aber das ist ja quasi blind. Das MarioCut üben, dann muss ich mit Toho üben. Ja, gut, du hast sonst eh kein Leben. Also... Ich habe mindestens drei, ja. Mindestens. In allen drei Leben kann ich keinen MarioCut spielen. Ich gerade auch nicht, ich weiß nicht. Ach, unten bei den Münzenländern ja deine Retrace oder nichts mehr. Genau. Ja, jetzt erst noch unten. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wer hinter mir ist, aber so schlecht wie ich gerade fahre... Ah, ne. Haha. Natürlich, ich bin ja jetzt... Ich bin ja jetzt Letzter. Weil der achte Teilnehmer ja natürlich nur noch zuschaut. Da war ja... Da war ja... Das geht anscheinend nicht. Ja, und da wir jetzt gerade schon über die Länge von einem Panzer drüber wechseln, wollen wir danach nochmal einen Runde-Battle fahren. Eine kurze. Damit wir dann noch ein bisschen zeitlich... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Weil... Für den Cup... Oh, ne. Das gibt mir vollkommen. Oh, wobei! Wobei! Oh! 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 Komm, 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 komm! Nein! Ich hatte realistische Chancen. Nein. Noch, ähm... Na klar. Ja, mach mich halt fertig. Da bin ich am wenigsten nett. Ne. Also, Battle Alerts? Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, schei! Warte, äh... Aber im Battle Mode nehme ich den. Gucken wir uns ran, oder? Äh, machen wir 2 aus 3? Ja, es ist 3. Weil ich der große Loser bin, da bis das erste Mal ausdrücken. Was sehen die dazu aus? Ähm... Ja. Ganz wichtig, bei Mario 4... äh, bei Mario Kart, auch im Super Nintendo, sind die alle eindimensioniert. Also, die gehen nicht dann... Oh! Aber bei 460... Äh, ja. Äh, bei Mario Kart 64... Dann hast du auch verschiedene Stockwerke. Hä, wie legst du dir denn hin? Äh, hinten treten und abschießen. So wie man es bei jedem Mario Kart macht. Oder hat er etwa keine Ahnung? Kann das sein? Nein. Nein, ich dachte nur das... Ja, man kann die aber nicht hinlegen in den folgenden Mario Kart. Echt? Doch, 460. Man kann sie nach hinten abschießen, man kann sie nicht hinlegen. Achso, doch stimmt, ja. Ja, aber man kann sie so nach hinten. Und ich fahr hier die ganze Zeit rum, weil ich merk' hab, dass du in der Mitte und so nichts bist. Und nein. Ich hab' zwar einen Stern gehabt, aber ich hab' ihn zu spät aktiviert. Dann hat er gleich den nächsten Stern. Ich muss endlich mal versuchen zu fliehen, gerade vor seinen Stern. Verdammte Axt! Wow! Ein Erfolgserwetnis für den Mosi? Ja, der Battle-Mode-König. Chinchcors. Chinchcors. Ähm, jetzt höf ich eine Ausruhen, ne? Nein. Oh, um Gottes Willen. Ja, das ist doch gut. Aufm Parkplatz. Aufm Parkplatz. Moin auch gegeneinander fahren? Ja. Komm. Wie geht's? Ja, auf, komm. Äh, Angsthase. Äh, Angsthase. Jetzt geht's. Da bringt er äußerst viele Flüsse. Okay. Bitte. Hi. Der liegt mir echt besser, der Modus. Aber ich hab' auch echt Glück mit den guten Items. Wo ist er denn? Der ist jetzt so. Nee. Ich hab' sich gefeiert. Ja, es läuft stark, der Modus. Wie ist das? Dann teilen wir uns das so auf. Du übst das Rennen fahren, ich übte Bottom-Mode. Ja, dann machen wir nochmal den Kingsport. Stark. Hup. Bitte. Ja, ha. ja das ging an dich wo die dritte Strecke trotzdem noch fahren vielleicht gibt es noch mal einen Ehrenpunkt für mich welche nehmen wir? keine Ahnung wird zu bisschen mehr bett vielleicht war es auch ein Fehler, dass ich wo wir gegeneinander fahren? oh das war knapp ey wow was geht denn hier? der mich hinterrücks überfällt ich habe es übrigens nicht hinbekommen rückwärts zu fahren der einfach fällt weg man kann es natürlich erst so nein nein meine zogen Scherzer wow wie knapp das war, hast du das gesehen? hast du den Koopa gesehen? ja hey irgendwann gibt es doch keine Fragezeichen mit mir oder? doch die werden im Laufe der Zeit wieder nachgeführt was ist der denn überhaupt? ja hergott ist das schlecht? ja hm ich habe das immer gesegelt du hast einen Geist gehabt natürlich hm hm wow wo ist gilt? ach Gott wie schlecht ich bin ja ja das könnte falsch sein ja nein das verliere ich ihn verdammt hast du den abgenommen wenn du rausgehst? ne noch nicht immer 65 also 65 also ja deswegen war ich jetzt der festen Überzeugung dass es da rausgeht ja ich habe alles voll Licht geprüht im Panzern jetzt haben wir dass wir ungefähr auf der Suche nach halten wieder auf der Suche nach dir aber das hätte ich nicht Oh, hast du es gesehen? Ja, wie hast du das jetzt gemacht? Ich bin gesprungen mit R und R. Ich habe mich einfach um das vierste Mal in den Zentrum geglitscht. So, erst mal das Spiel glitschen. Was ist denn mit dir? Ich glaube, das ist das meiste, was du zu Wort hattest. Glitschen. Ja. Das ist ja gut. Oh, zu spät gedrückt. Selber mal leer wie bei dir vor allem. Ja. Ich habe mit der grünen Schelle noch getroffen. Guck mal, du kannst noch feuern jetzt, glaube ich. Yeah, let's go. Wenn du ein roter, denkst du, komm, das wäre geil gewesen. Okay, 3-0, ich würde sagen. Ähm, knapp. Ich bin auch so wie bei mir vorhin das Game Over. Naja. Okay, dann üben wir mal und dann geht's eben an der Stelle wieder, ne? Dann war das jetzt erst mal unsere Mario Kart Session. Oh Gott, war ich schwer. Schau dir auf jeden Fall mal die anderen Videos von Morsi an. Er ist in anderen Spielen besser als jetzt bei Mario Kart und abonniert ihn. Und überhaupt und abonniert mich, wenn euch das gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.